Eine Blinddarmentzündung kann zum absoluten Notfall werden. Und das Hüpfen auf einem Bein ist auch ein guter Test zum Beispiel, denn die Erschütterung verstärkt Schmerzen bei einer Blinddarmentzündung normalerweise. Im zweiten Stadium, aber dem sogenannten seropurulenten Stadium, da sammelt sich Eiter an. Haben Sie gerade Schmerzen im rechten Unterbauch, eventuell sogar in Kombination mit Übelkeit, Fieber auch, Appetitlosigkeit, dann besteht die Möglichkeit, dass Sie sich in einem Jahr noch frühen Stadium der Blinddarmentzündung befinden. Natürlich gibt es für diese Symptome, die ich gerade genannt habe, auch eine Menge anderer Erklärungen. Auch wenn man Schmerzen im rechten Unterbauch hat, muss es nicht immer gleich eine Blinddarmentzündung sein. Jetzt im Video werfen wir aber mal einen näheren Blick darauf, wie wir eine Blinddarmentzündung möglichst früh erkennen können und was bei dem Verdacht zu tun ist. Denn selten ist eine Blinddarmentzündung nicht, zumindest nicht selten diagnostiziert im Krankenhaus. Ob es dann wirklich eine ist, ist nochmal eine andere Frage und darauf gehe ich jetzt ein. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, auch Krankheitsbilder, auch typische Krankheitsbilder, die man oft hat, die oft im Krankenhaus behandelt werden. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Zuerst einmal vorweg, eine Blinddarmentzündung kann zum absoluten Notfall werden. Deswegen sollten Sie bei starken Schmerzen im rechten Unterbauch, die eventuell sogar in die linke Bauchseite ausstrahlen, nicht untätig abwarten. Typischerweise nehmen die Schmerzen beim Laufen zu und das Heben des rechten Beines zum Beispiel, das ist nicht mehr schmerzfrei möglich. Wir kommen gleich noch zu weiteren Symptomen, aber wenn Sie diese Symptome bei sich erkennen, dann sollten Sie umgehend handeln. Welche Symptome treten bei einer Blinddarmentzündung auf? Um die Symptome unterscheiden und auch möglichst früh natürlich deuten zu können, möglichst früh zu wissen, ist das nun eine Blinddarmentzündung oder nicht, ist es für Sie wichtig zu wissen, dass eine Blinddarmentzündung häufig in zwei Phasen stattfindet. Zu Beginn haben wir meist nur unspezifische Schmerzen oder unspezifische Beschwerden. Die Bauchschmerzen sind zwar auch schon stechend, aber können noch erträglich sein und treten noch so nicht zielgenau auf wie in späteren Phasen. Das heißt, man spürt Schmerzen aber oftmals so im Oberbauch, vielleicht um den Bauchnabel herum. Das muss also noch nicht hier rechts im Unterbauch sein, gerade am Anfang. Das ist wichtig zu wissen. Viele Betroffene gehen dann erst einmal nämlich von Magenschmerzen oder von Magenbeschwerden aus. Das führt über kurz oder lang dazu, dass wir in die Akutphase der Blinddarmentzündung dann kommen. In dieser Akutphase kommen dann stärkere und gezieltere Schmerzen dazu. Wo genau die Schmerzen sind, hängt immer davon ab, wo sich der entzündete Wurmfortsatz genau befindet. In der Akutphase kommen dann weitere Symptome dazu. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese viel zu häufig nötig sind, bis man sich in ärztliche Behandlungen begibt. Erst dann fängt man an, dass man zum Arzt geht, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit. Sprechen auch hier erstmal noch dafür, dass es sich ja um Magenprobleme handelt, die wir einfach aussetzen müssen. Das denken wir meistens. Das denken meistens die Betroffenen. Das ist ja irgendwie nur eine Magenverstimmung. Erst wenn sich dann Fieber und Nachtschweiß und selten auch zum Beispiel ein erhöhter Puls dann noch dazukommen, denken die Ersten an Dinge wie zum Beispiel eine Blinddarmentzündung. Was ist eine Blinddarmentzündung überhaupt? Doch was ist das überhaupt? Und wieso heißt es Blinddarmentzündung, obwohl der Blinddarm selbst gar nicht beteiligt ist? Und das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Wir sagen mal Blinddarmentzündung, aber es ist gar nicht der Blinddarm. Es ist nämlich nicht der gesamte Blinddarm, sondern der Wurmfortsatz, der es entzündet. Und dieser Wurmfortsatz hängt am Blinddarm. Erfüllt aber streng genommen keine Verdauungsfunktion. Das ist einerseits gut, weil er dann bei einer chronischen Blinddarmentzündung zum Beispiel, die es auch gibt, problemlos entfernt werden kann. Andererseits ist dieses kleine Ding aber ein dauerhaftes Risiko. Der Wurmfortsatz ist nicht viel größer als ein kleiner Finger, kann uns aber eine Menge Probleme bereiten. Etwa so 8% aller Menschen werden in ihrem Leben einmal Probleme mit diesem Wurmfortsatz bekommen. Die Ursache für so eine Entzündung kann vielfältig sein. Zwischen Blinddarm und Wurmfortsatz besteht eine Verbindung, die im Normalfall dafür sorgt, dass ein Austausch stattfindet zwischen diesen beiden. Meistens ist es dann verhärteter Kot, ganz typisch. Manchmal auch Obstkerne, die diese Verbindung einfach verstopfen, zumachen. Und dann stauen sich Sigrete im Appendix, die den perfekten Nährboden für Bakterien dann bieten. Diese Dickdarmbakterien, die lösen dann typischerweise die Entzündung aus. Eine weitere Ursache ist übrigens auch eine eher ungünstige Lage des Wurmfortsatzes. Wenn die Verbindung zum Beispiel abgeknickt wird, passiert genau das Gleiche. Also wenn die Verbindung abknickt, dann haben wir quasi auch eine Verstopfung, die da entsteht. Und dann staut es sich genauso. Sigrete kann sich genauso stauen, Bakterien sammeln sich an etc. Im Normalfall ist es also meistens, sagen wir mal, einfach Pech, wenn sich der Wurmfortsatz entzündet. Neben einem Verschluss kann allerdings auch selten eine ernste medizinische Ursache dahinterstecken. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa, das sind ja chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die sorgen in anderen Teilen des Darms für Entzündungen. Und diese können dann auch auf den Wurmfortsatz überspringen und entwickeln sich dort von unangenehm zu potenziell lebensgefährlich. Ganz selten können auch Tumor oder Darmwürmer dafür sorgen, dass es zu einer Entzündung des Wurmfortsatzes kommt. Und auch ich habe schon erlebt, auch im Bekanntenkreis, dass man zum Beispiel auch einen Tumor am Wurmfortsatz hat, zum Beispiel also einen Blinddarmkrebs sozusagen. Welche Folgen drohen? Unabhängig von der Ursache kann eine Appendizitis, so heißt die Krankheit ja auf Lateinisch, wirklich lebensgefährlich werden. Das passiert allerdings erst im zweiten Stadium. Im ersten Stadium ist der Wurmfortsatz nur geschwollen und gerötet, also dieser kurze Teil. Da bildet sich aber noch kein Eiter. Hier ist noch keine Operation nötig, denn die Entzündung kann sich spontan wieder zurückbilden. Und das passiert auch meistens. Im zweiten Stadium, aber dem sogenannten seropurulenten Stadium, da sammelt sich Eiter an. Dann wird es richtig gefährlich, denn daraus kann dann eine, man nennt es destruktive Blinddarmentzündung entstehen. Und das destruktiv, das bedeutet hier, dass das Gewebe allmählich zerfällt. Und da merkt man schon, dass das nicht gut sein kann. Und auch wenn der Wurmfortsatz, wie gesagt, klein ist und für die Verdauung im Prinzip unbedeutend ist, wobei noch erforscht wird oder neue Erkenntnisse zeigen, dass er vielleicht für andere Bereiche, auch Stichwort für das Immunsystem, gar nicht so unwichtig ist, kann es aber lebensgefährlich werden, wenn der Hals stark entzündet ist. Und dann droht nämlich, dass der Wurmfortsatz an einigen Stellen oder komplett auf Platz und den entzündlichen Inhalt dann in die Bauchhöhle abgibt. Die Bakterien können dann eine Bauchfellentzündung auslösen. Das Bauchfell, das ist ja eine dünne Haut, die die Organe umgibt und den Bauchraum ausgleitet. Und genauso eine Peritonitis, die kann auch richtig gefährlich sein. Dieser Durchbruch muss unbedingt verhindert oder verhindert werden, denn so eine Entzündung kann abhängig von Vorerkrankungen zum Beispiel oder körperlichem Zustand schnell, wirklich schnell lebensbedrohlich werden und auch auf der Intensivstation habe ich schon Patienten mit genau so einer Bauchfellentzündung gesehen. Also es ist kein Spaß und genau das muss man vermeiden. Und deswegen ist es wichtig, diese Blinddarmentzündung, wenn sie im fortgeschrittenen Stadium ist, auch schnell zu therapieren. Wie wird eine Blinddarmentzündung behandelt? Das Risiko für so einen Durchbruch steigt nach etwa 48 Stunden, also nach zwei Tagen in der Akutphase, stark an. Das ist auch der Grund, warum man oft im Krankenhaus ist und auch noch kurz sozusagen abwartet. Kommt man in die Phase 2? Ja, nein. Ist es überhaupt der Blinddarm? Ja, nein. Bei dem Verdacht auf eine Blinddarmentzündung sollte man sich also unbedingt so früh wie möglich in ärztliche Behandlungen begeben, damit die dort einen unter Kontrolle haben. Bleiben Bauchschmerzen bzw. potenzielle Magenprobleme über einen längeren Zeitraum bestehen und konzentrieren sich dabei vielleicht sogar auf diesen Bereich, also dass die Schmerzen immer hier sind im Bereich des Wurmfurtzatzes, dann sollte man auf schnellstem Weg einen Arzt aufsuchen. Dabei ist es sinnvoll, direkt den Weg ins Krankenhaus zu wählen, weil eine Blinddarmentzündung heutzutage fast nur noch operativ behandelt wird. Man muss an dieser Stelle auch einmal sagen, es ist tatsächlich aber fraglich, wie oft wirklich dann der Blinddarm sozusagen oder Wurmfurtzatz entzündet ist. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Die konservative Therapie sieht vor, dass die Entzündung durch Verzicht auf Nahrung, Bettruhe und Antibiotika kuriert wird. Durch das steigende Risiko eines Blinddarmdurchbruchs und das sinkende Risiko von Operationen mittlerweile ist die Entfernung des entzündeten Wurmfurtzatzes meistens aber die bessere Alternative. Dabei kann heutzutage sogar minimalinvasiv gearbeitet werden, damit keine sichtbaren Narben bleiben. Und so ein Eingriff, so eine Operation, Blinddarmoperation, die dauert nicht lange. In der Regel 20, 30 Minuten wird unter Vollnarkose durchgeführt, also mit Narkose, Operation und wieder aufwachen. Dauert das dann vielleicht 1, 1,5 Stunden alles. Im Anschluss an eine solche Operation muss die Darmfunktion noch ein paar Tage im Krankenhaus natürlich überwacht werden. Die große Gefahr der Bakterien schwemme, die ist zu dem Zeitpunkt allerdings schon vorüber. Bei einer chronischen Blinddarmentzündung wird der Wurmfurtzatz immer entfernt, denn hier kommt es immer wieder zu einer kurzzeitigen Entzündung des Wurmfurtzatzes. Und wie gesagt, das ist ja gefährlich oder hat ein Potenzial, hat ein hohes Risiko. Und gleichzeitig hat man natürlich auch immer oft Schmerzen. Und das will man natürlich nicht mehr, die will man dauerhaft losbekommen. Und deswegen wird dann auch meist operiert. Wie erkenne ich eine Blinddarmentzündung möglichst früh? Und das ist eine ganz entscheidende Frage für Sie ja. Wie kann ich nun möglichst früh schnell erkennen, dass es wirklich der Blinddarment ist? Ich habe ja eben die Symptome einer Blinddarmentzündung schon einmal erklärt, erläutert. Es ist also ganz wichtig, früh darauf zu achten und vielleicht selber zu testen, habe ich eine Blinddarmentzündung. Was kann man da tun? Als erstes können Sie sich dafür auf den Rücken legen und das rechte Bein an den Körper ziehen. Verstärkt sich der Schmerz, wird der Schmerz stärker, schlimmer, ist ein Anfangsverdacht da. Denken Sie an diese rechte Seite und heben Sie das Bein. Außerdem können Sie zwei verschiedene Punkte am Bauch kontrollieren, die auch jeder Arzt während der Untersuchung in der Notaufnahme sofort abcheckt. Und Sie nennen sich McBurnay und auch der Lanzpunkt und sind mit etwas Übung sehr sicher zu kontrollieren. Das heißt, Sie können das auch selber machen. Und ich habe hier mal eine Zeichnung gemacht. Genau so können Sie es bei sich abfühlen. Also rechte Seite, da liegt der Blinddarm und dann einmal etwas mehr oberhalb der Leiste, vereinfacht gesagt. Und der zweite Punkt, so auf Höhe der Leiste, mehr aber mehr in Richtung Bauchnabel. Wie also auf der Zeichnung erkennbar. Da habe ich die eingezeichnet, diese zwei Punkte. Wenn ich jetzt auf diese Stelle drücke, dann verspüre ich aus einem leichten Druck bei mir jetzt nichts weiter. Wäre mein Blinddarm entzündet, würde der Druck auf diese beiden Punkte starke Schmerzen auslösen. Sinnvoll, also macht ja Sinn, weil dort sozusagen die Lage ist. Und die Bauchdecke, die wird reflexartig angespannt. Für Ärzte ist das dann ein sehr sicheres Indiz für eine Blinddarmentzündung. Wenn hier Schmerzen auftreten, kann mögliches Fieber ein weiteres Indiz sein. Also wenn Sie merken, dass Sie diese Schmerzen hier haben beim Reindrücken, Bein anheben und dann zusätzlich noch Fieber haben. Und hierfür wird dann unter den Achseln und rektal einmal gemessen. Typisch für eine Blinddarmentzündung ist es nämlich dann, wenn die rektale Temperatur, also im Popo messen, etwa ein Grad höher liegt als die unter den Achseln. Auch ein wichtiger Hinweis. Und das Hüpfen auf einem Bein ist auch ein guter Test zum Beispiel, denn die Erschütterung verstärkt Schmerzen bei einer Blinddarmentzündung normalerweise. Das können Sie also auch einmal machen. Bei Kindern, Schwangeren oder älteren Menschen ist die Diagnose meistens ja nicht so einfach. Das ist leider auch oft so in der Medizin. Da ist es nicht so einfach und da können dann Blut- und Urinuntersuchungen und manchmal sogar ein Ultraschall nötig sein, um den entzündenden Blinddarm eindeutig zu diagnostizieren. Das macht man auch bei den anderen Personengruppen oder kann man das machen, Ultraschall zum Beispiel, das ist ja harmlos. Aber ganz typisch bei diesen sozusagen Risikogruppen. Zögern Sie deshalb also bitte nicht, wenn Sie Symptome verspüren, denn jeder Diagnoseschritt kostet Zeit und erhöht damit das Risiko für einen Durchbruch. Das ist ja das, was man verhindern möchte bei der Blinddarmentzündung. Deshalb hängt die Prognose einer Blinddarmentzündung auch stark davon ab, wie schnell sie entdeckt wird. Solange sie unbehandelt bleibt, steigt das Risiko einer Perforation oder der Ausbreitung auf umliegendes Darmgewebe immer weiter. Das Risiko steigt immer weiter, je länger man wartet. Und solche Komplikationen kommen zwar eher selten vor, trotzdem sollten Sie bei dem Verdacht auf eine Blinddarmentzündung nicht lange abwarten. Und wie gesagt, auch ich habe es schon erlebt, wie Patienten auf der Intensivstation zum Beispiel dann eine entzündete Bauchdecke haben. Und das ist wirklich gefährlich. Also, bei Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, wenn Sie es selber bei sich testen und glauben, dass Sie eine Blinddarmentzündung haben, dann begeben Sie sich schnellstmöglich in ärztliche Behandlung. Suchen Sie dann zum Beispiel ein Krankenhaus auf. Soweit einmal zur Blinddarmentzündung. Jetzt lassen Sie uns gerne einmal austauschen. Schreiben Sie jetzt vielleicht Ihre Erfahrungen dazu, wenn Sie schon eine hatten, wenn Sie deswegen im Krankenhaus waren, wenn Sie vielleicht schon operiert wurden. Schreiben Sie es gerne einmal direkt unter das Video. Lassen Sie uns darüber einmal diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.